happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mächte arena allerdings ich spiele heute nicht ich habe nämlich endlich den dingens hier voll von meinem puma sprich den erfolg puma da ist er dass ich mit die raketen meine 700 was war das 900 450 leute getötet deswegen werde ich heute mein hangar ändern viel spaß ok dann werden wir meinen hangar ändern ich muss erst mal hier mein hetzer bevor das bräuchte ich gar nicht egal um ein hals wickel das kabel sonst hängt mir das was zwischen bein rum und das nervt da werden wir heute jetzt mal erstmal alle raus schmeißen die wir hier haben so so wie ging das aber entfernen wo man das entfernen entfernen jawohl zack er ist weg entfernen die brillen darf doch ein bisschen so kann ich noch mal schnell hier mein kabel enttudeln hier das ist das hat sie drunter gefallen ganzen 1000 knoten hier drin kommt das hängen das soll man nur um den hals ich drehe das doch nicht aber beim enttudeln als ob ich das tausend mal gedreht haben und das jeden tag hätte das auch schon ein bisschen ob wir da auch es geht auch hier um auch ein bisschen ob das muss wieder aufsetzen da tut dann nicht so doll weh an den ohren sitzt so ok obwohl wie gesagt ich brauche gar kein headset weil ich ja heute nur meine mein hangar neue sätze hangar 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 erstmal alles entfernen dann ich probiere mein hangar mal so zu setzen dass ich die quest fertig habe orquesta fertig machen werde machen werden machen kann ok so null ich denke aber es wird sowieso nicht mehr wie 2000 als erstes ich habe eine quest ausrüstungshub hier vorne die welches fertig machen verbessere den rang von vier stufe drei mech oder waffe spiele drei kämpfe mit 35 kämpfe mit drei stufe drei mich also ich muss alle drei stufe drei mich einsetzen die ich habe es gibt es auch nur drei nachschauen mech markt stufe drei es ist der guardian shadow und aris die drei müssen auf jeden fall rein da war schon mal rein den gardien panther gardien erst mal dass sie mit den spieler also jetzt so viel gardien alles und wer war der andere war der andere shadow war der andere shadow war der andere aber noch mal nachschauen fest decklich oh ich kann mir noch ein ding ins holen stufe drei michs aris guardian shadow shadow war der andere und da ist er shadow so einmal die drei und jetzt habe ich noch zwei übrig da will ich reinsetzen ich glaube die schlechtsten oder warte mal kann man hier nicht sortieren level up bereich sind alle level 7 freigeschaltet und da ist und da ist ich glaube ich also mit dem in 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 Okay, so freigeschaltete, der ist noch gar nicht freigeschaltet. So, da war er den, den. Es sind alle drei Sterne und Level 7. Erhältlich, Rank Upright gibt es keinen, Level Upright gibt es auch keinen. Warum ist denn der hier nicht dabei? Ach der ist schon drinnen, dann nehme ich einfach hier die nächsten zwei. Den und den, schon wieder Panthea, das war noch das stärkste, ja egal, habe ich nicht so viel. Gut, dann ist das jetzt hier meine Mächte ausweitig, jetzt ausrüsten werde und dazu gehe ich immer auf Erfolge. Fahre wir mit den ersten an. Da ist der Guardian, mit der habe ich ja noch gar nichts gespielt. Na da, Guardian, da ist er, oh doch, warte ich schon mal. Einmal zum ausprobieren was glaube ich. Missile Rack, Rakete, guck mal hier, da kann ich zwei mit einmal machen, drei sogar. Ach so, das ist rpg. Nennen wir den, oder den, wie viel, also entweder rpg oder Missile Rack. rpg oder Missile Rack. Schauen wir mal, wir haben 16, also Nummer 2, 8 da. Und wir filtern auf Rakete. Da haben wir footage rpg, die brauche ich nicht, brauche ich ja nur rpg oder die, ach die kostet Geld. Warte die nicht, ach das ist die 6er. Ach, das gibt es doch nicht. Was war das andere? Geht ja beides nicht. Fängt ja schon mal gut an hier. Erfolge, Guardian. Ein Gewehr, dann gehen wir auf Gewehr. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Gewehr. Da ist es auch noch egal, was ich für eins nehme. Longarm habe ich, die einzigste noch. Okay. Gut, Longarm. Dann kommt... Gewehr. Gewehr. Der ist Gewehr. 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 Ja, dann nehmen wir den. Aber, ich muss den Plantat ändern. Ah ne, ist longarm. Gut. Guardian. Was für eine Fähigkeit hat der? Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir später sehen. Also Longarm ist besetzt. Jetzt kommen wir nach Aris. Aris, was brauchst du? Erfolge. Aris. Aris. Ansturm. Miserex. Zielsucher-Käte. Ansturm. Zielsucher-Käte. Warte mal, das eine hat doch schon angefangen. Ich könnte auch das weitermachen. Dann könnte ich schneller wechseln. Nimm mich ansturm. 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 Filtern auf. Ansturm. Ja. Nehmen wir gleich die hier, ne? Pulskanone. Was hab ich da noch? Das war's. Ich hab nur die. Gut. Ausrüsten. Ausrüsten. Und. Red. Ausrüsten. Level 1. Hab ich da alles richtig gemacht? Warum steht der denn da auf hier? Hä? Ach der hat hier nur 12. Oh scheiße. Ähm. Entschuldigung. Level 6. Ich probier ja mal die mittlere zu nehmen. Ansturm. 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 Da. Das wird der dann. Oder der hier? Ne. Nimm mir den. Ausrüsten. Ansturm. Ausrüsten. Okay. Und. Und. ist schon drüber. Shadow. Shadow. Was hast du? Shadow brauche ich. Wenn ich da jetzt Zielsucheakete mache, bin ich ja fast gleich fertig. Kommt. Schneller wechselst du zustande dann. Nehmen wir den Shadow. Shadow. Pulskanonraketen. Ja. Zielsuchraketen. Shadow hat acht. Also mit vier suche ich Zielsuchraketen. Vier. Genau. Die brauchen wir. Ja. Shavirakete. 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 Okay. Passt. Bei Red habe ich gar nicht nachgeschaut. Ob ich da Pulskanone habe. Ja. Passt auch. Dann kommen wir jetzt nach Aris. Erfolg. Aris. Ansturm. Ansturm. Ansturm habe ich schon. Ne habe ich noch nicht. Ansturm. Aris. Ansturm. 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 Das war Kanone. Das war. Das war. Ansturm. 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 Ja. schon besetzt. Strahl. War glaube ich doch dabei. Aris. 1. Ansturm. Ach. Das ist doch gar nicht Aris. Das ist. Hier ist die Spinne. Achoschnos. Achoschnos. So, Wettmeister machen wir Stilzbeam. Genau, das war das. Stilzbeam Strahlt Stilzbeam Genau, den brauchen wir. Strahl Stilzbeam Mächtfähigkeit. Okay. Perfekt. Jetzt kommt der letzte, das ist der Panda Panda Eigentlich mein stärkster, den ich habe Erfolge Und da Da ist er Longarm ist schon vergeben Rakete ist noch nicht vergeben Vergehen Und vergehen Dann kriegt er die Raketen 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 An dem Panthor 16 16 Raketen Da Trich 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 Ja, PG Sonst hätte ich noch die hier Ne, die ist schon vergeben Pulskanonen Ist auch keine Rakete Das war's Das war's, genau Was für ein Plantat hat die Passt Passt alles So setze ich immer halt meinen Hangars zusammen Damit ich die Erfolge kriege Also die Erfolge hier Die Erfolge hier alle freischalten kann Man kriegt auch immer Belohnungen dafür Kannst halt hier nachschauen Was du kriegst Und da gibt es 20 Münzen Schön Dann werde ich noch einmal An der Truhe drehen An der 5er Ich habe damals 20er geholt Aber ich habe mir gedacht Weil ich ein paar Mal So ein billig Skin gekriegt habe Ich habe gesagt Dann mache ich lieber Erstmal eine 5er weg Dass ich da kein billig skin mehr habe Und dann steigere ich mich Also das dauert eine Ewigkeit Gut Dann werde ich mal sagen Ich spiele eine Runde mit dem Hangar Und dann werden wir mal schauen Wie gut sie geworden sind Ich mache 2142 Schaden Äh Schaden Ist meine Stärke Dann schauen wir mal Bis gleich Okay Und da geht los Die Runde Meinen neuen Hangar ausprobieren Happy New Gleich mal mit den Guardian hier spielen Was hat der für eine Fähigkeit Ach das hat der Also ist eigentlich die Fähigkeit für Longarm scheiße Oh 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 ok das war der guardian die erste runde nein war gar nicht die erste ich habe ja schon mal gespielt irgendwann einmal getestet wahrscheinlich nein ich hasse diese waffe ich habe die auch aber irgendwie nutze ich die nie auch 16 zu 8 die erste runde gewonnen wir sind mit denen stehen geblieben machen wir mit dem weiter mit dem long arm hat er mich abgeschossen mit dem mit dem mit dem Ah, na gut. Jetzt kommt der letzte dran. 1, 2, 1, go. 1, 1. Bist du mit denen stehen geblieben? Gehst du auch gleich mit denen weiter. Glaub mir doch nicht die Vorfahrt, Junge. Okay. Okay. Das war schnell ohne für den, für meinen Panther. Jetzt kommt der Guardian dran. Ähm. Ja. Sieht nicht gut aus für uns. Das gibt's doch nicht. Geht's. Ah. gut das war die runde ich war nicht so gut gewesen ich denke mal bestimmt dritter oder vierter schauen wir mal muss mir erst so ein spiel mit dem nächsten gut ausreden oder gut da will ich auch schon sagen das war es für diese runde für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wir noch nicht so viel spaß und auf wiedersehen